servus freunde der unterirdischen unterhaltung ja da würde ich sagen machen wir einfach mal heiter weiter im neuen jahr und zwar ist das heutige thema langehain schrägstrich heimberg dieser befindet sich im nördlichen teil des truppenübungsplatz ortruf ja da gibt es viele geschichten zu und die meisten geschichten sagen halt dass dort irgendwie etwas unterirdisch vorhanden ist und das soll ein mehretagiger bunker sein ich hatte irgendwie 44 etagen im kopf der meiner meinung nach in offener bauweise errichtet wurde und quasi für das okw das oberkommando der wehrmacht gebaut wurde später dann nachgenutzt durch die russen ja da gibt es wie gesagt auch ein paar aussagen dazu da werde ich gleich eine vorlesen aber so richtig ist bis heute dennoch nicht bekannt wo jetzt an der langehain oder am heimberg quasi der bunker gewesen sein soll könnte ja nichts genaues weiß man genau aber gut ich fange es noch mit der aussage an bevor ich dann etwas zu dem luftbild sage und zwar die aussage ist von terrassov schenja das war ein offizier der gssd in ortruf und dieser hat ausgesagt das war in der wendezeit dieser hat ausgesagt in der wendezeit bekam der damals führende kommandeur der achten garda armee general kovalev einen hinweis auf unbekannte unterirdische anlagen auf dem platz er verlegte daraufhin damals sein ständiges quartier auf den heimberg in ein feldlager dies ist wohl bis dahin in diesem umfang noch nicht vorgekommen terrassov war daraufhin mit einem weiteren offizier auf dem heimberg um zu sehen was der alte dafür einen blödsinn veranstaltet kovalev arbeitete anscheinend mit subsprengung jedenfalls öffnete sich auf der freien fläche ein schacht in den steine vier bis fünf sekunden fielen bis sie aufschlugen kovalev hat dann den schacht verschlossen oder verschließen lassen wie auch immer kovalev war dann zu einer hochzeit auf der krim und kam dort bei einem autounfall ums leben keiner war danach je wieder an dieser stelle das ist erst mal die aussage zu zu der ecke langer heimberg funden russen und da fangen wir einfach gleich mit dem luftbild an das ist eine 1992 aufnahme auch kurz nach der wende und da kann man wunderschön dieses gebilde sehen ob das nun ja eine fußball große stellung ist oder ob das jetzt nun vielleicht die umrisse eines großbunkers sind man weiß es nicht man munkelt nur allerdings ist mir bekannt dass an anderer stelle ein bunker ein großbunker und zwar der fuchsbau eine bunkerwanne aus kupfer erhalten hat und meine idee war jetzt quasi folgende dass eventuell an der außenseite wo die bunkerwanne ist durch das kupfer vielleicht andere bedingungen für pflanzen sind die da aufgrund dieses kupfers leicht besser schlechter wie auch immer wachsen oder allgemein dass man das halt ja am rand dieses bunkers sich vielleicht durch wasser oder sowas da dann dort im erdreich versickert diese hecken gebildet haben wann diese hecken entstanden sind kann ich jetzt auch nicht ganz genau sagen also jeder kann sich hier ja ein kriegsluftbild raussuchen da ist an der stelle gar nicht zu sehen absolut gar nicht das ist hier nicht mal fahrspuren groß also das ist ja es muss irgendwie danach aus entstanden seien die hecken und die sind auch quasi bis in jüngste zeit da geblieben ja ich so mal kurz rein hier oben kann man sehen dass man da sich öfters mal aufgehalten hat hier hat man ist man durch die hecken gefahren hier ist dieser fast viereckige öffnung die später dann mit wasser gefüllt ist keine ahnung was das ist ja hier gehen die hecken weiter und kurz daneben würde sogar sinn machen so von der länge her wenn man am 10 betrachtet als notausstieg gibt es dann diese komische stelle das heißt hier hat man irgendwas frei gelegt eine eckige struktur und hat sich dann hier nach unten für mich sieht es so aus kann auch eine optische täuschung sein reingebuddelt auf jeden fall ja sehen wir gleich in späteren luftbildern noch mehr aber bevor wir zu späteren luftbildern kommen noch was anderes und zwar ist hier noch etwas weiter nördlich genau das vorwerk so vielen brunnen das alleine soll eine ganz interessante geschichte haben hier soll gegen kriegsende da gibt es eine aussage in einem buch von thomas männer welches weiß ich jetzt auch nicht mehr genau da müsste ich nachgucken gibt es die aussage dass dort ein gustav ludwig herz forschung betrieben hat in einer scheune so glaubt die scheune hier unten gab es damals schon oder im haupthaus das sind aber wie gesagt nur unbestätigte aussagen ja gustav ludwig herz das ist dieser nette herr nobelpreisträger 1925 von 45 bis 54 mit ardenne in der sowjetunion und ardenne hatte ja auch was bei armstadt mit forschung ja das könnte also passen wie gesagt da sieht man mal in was für entlegene region wie gesagt das ist hier wirklich mitten im nirgendwo damals die forschung stattgefunden hat das erinnert mich an die harras mühle dazu vielleicht auch noch mal ein thema aber gucken wir erstmal kurz die luftbilder weiter an genau hier sind wir im jahr 2008 die hecken sind noch da alles klar hier ist die wasser mit wasser gefüllte öffnung und hier das ist daneben wo man was freigelegt hat wo jetzt ganz genau keine ahnung aber es ist dieser bereich wie eben auf dem luftbild ersichtlich machen wir mal weiter 2013 sieht schon ein bisschen besser aus hier sieht man die hecken ganz schön das wasserloch ist immer noch da oder es verschwindet langsam und jetzt gehen wir zum jahr 2015 auch da hat sich noch nichts verändert außer dass hier jetzt irgendein kasten ist ansonsten ist es weiterhin schön befahrbar und anfahrbar patrouillierbar genau besser so ja 2015 weiter nichts verändert noch mal 2015 im herbst wunderschön ein schönes luftbild im übrigen hier kann man schön klar alles erkennen ja und dann auf einmal 2017 hoch die hütte ist noch da hier steht auch ein auto hier ist was dazu gekommen hier hat man ein parkplatz neu gebaut und was hat man hier gemacht ja hier hat man warum auch immer die hecken entfernt das ist übrigens das erste mal für mich im ganzen truppenübungsplatz bereich dass ich sehe dass man so einen quark gemacht hat und hier sind hügel entstanden genau hier ist ein hügel mit irgendwas hier ist noch irgendein hügel mit irgendwas ja was auch immer ach ja da gibt es noch folgende geschichte und zwar hat man in den 80er jahren ähm von eckholstedt ein steuerkabel in richtung truppenübungsplatz verlegt und zwar war die trassenführung damals die also es gab zwei steuerkabel die erste trassenführung vom ersten kabel ist apfelstedt sülzenbrücken haarhausen holzhausen röhrensee und dann schluss tja anbindung an lange heim fragezeichen wie gesagt und die zweite das zweite steuerkabel hatte folgende trassenführung armstadt rehestädt holzhausen röhrensee und dann wieder schluss das sollte auch zu denken geben für was war dieses steuerkabel das wurde wie gesagt in den 80er jahren von frisch gebauten objekten also unterirdischen objekten von eckholstedt in die richtung verlegt ja hier sieht man schon ist es fast wieder am nachwachsen die konturen scheinen sich nicht unbedingt mehr abzubilden ja und das ist jetzt das letzte aktuellste luftbild hier im es gibt zwar noch aktueller aber das reicht erstmal man kann es immer noch sehen gut hier unten ist jetzt irgendwie haben sie eine kante gemacht warum auch immer und ja hier ist auch alles beim alten man kann halt nicht wirklich sagen was da jetzt genau gewesen ist allerdings habe ich noch bilder von einer anderen stelle auf dem übungsplatz da hat man auch ein beton bauwerk ausgegraben wo es auch nach unten ging das ist dann auch verschwunden da sieht man heute auch gar nichts mehr das kann ich irgendwann noch mal als thema sicherlich einstellen ja jetzt doch ganz schön lange geworden aber ich wollte wie gesagt auch ein paar sachen zu der ecke hier zusammentragen und ja ich hoffe es hat gefallen so hier der parkplatz ist immer noch da genau ich hoffe es hat gefallen und war interessant hier ist noch mal das vorwerk so viel tron und ja dann danke ich fürs zuhören jetzt endgültig und bis zum nächsten mal